Spinnen auf lateinisch ausgesprochen Araniae entweder man liebt sie oder man hasst sie wenn man sie hasst dann aber richtig wie viele von euch mit sicherheit bestätigen können aber bei einer Sache müssen wir uns alle einig sein Spinnen sind mit Abstand die besten Architekten was die Natur zu bieten hat ihre Spinnennetze sind wahrlich ein Wunderwerk doch was passiert wenn man diese Spinnen unter gewisse Substanzen setzt diese Frage hat sich auch die NASA gestellt und haben ein Experiment gemacht die Ergebnisse zeige ich euch jetzt so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.